Der läuft auch wie Psycho hinterher, Alter. Ja, richtiger Hund. Einfach beleidigen während er ist. Wir machen nur Jokes, Dude. Er ist fokussiert. Hätte er mir nicht gesagt, was Chang'a so löst, hätte ich nicht so was machen sollen. Ich dachte es mir gerade eben aus, aber im Endeffekt hat er eigentlich nur eine Info geliefert. Er hat nur ein paar Fakten dargelegt, so damit wir auch alle auf dem gleichen Stand sind. Gott, that sucks. Der Among Us was fun. Ja. Es ist toll, wenn du auf dem Poster bist. Der ist richtig toll. Ja, ja. Der hat beim Red gestartet. Weil ich versucht, Dino so hart zu marinate, dass ich nicht ein Imposter war. Oh Gott, Digga. The fuck? Wusstest du, dass er bei Red gestartet hat? Nein. Okay, okay. Ich dachte, ich habe gerade einen Call verpasst, deswegen. Nein, nein, nein. Der hat Red invaded. Das ist ein Problem. Der war schon, bis ich da gewesen wäre. Ah, Red ist da. Hä? Was hat der gemacht? Ich habe keinen Plan, Digga. Ja, komm du mal lieber zu deiner Wave, dass du nicht deine Wave losst, Digga. Der schreibt einfach, der redet mich extra Warte auf ihn. Catch this, wenn du deinen Tower sterben lässt, nur weil du schreiben willst. Ja, aber. Okay. Ich weiß jetzt nicht, ob es dem Zuko überhaupt irgendwas gebracht hat. Nee. Der ist ja mit zwei, Digga. Okay. Ist ja... Egal, Alter. Und der hat nicht mal unsere Website gemacht. Was hat er gemacht? Ja, ich... War der Level 1, als er uns gegankt hat? Ich weiß nicht, Digga. Ich glaube schon, Digga. Der war Level 1. Der ist einfach hergekommen, glaube ich. Der hat so gesagt, fuck it, Digga. Wir brauchen Speedwaffe. Ich gehe darüber. Digga, weiß. Gott sei Dank bin ich nicht rübergekommen. Ja, aber... Meine Intuition war richtig. Ich bin perfekt, Digga. Ja, ich bin okay, Digga. Gehst du mal, übertreib direkt. Nimm doch gleich deinen eigenen Schwanze in den Mund, Digga. Boah, der ist heftig, Digga. Digga, wenn du dir jemandem sagst, nachdem er sich ein kleines bisschen Kompliment gibt, Digga. Ja, ist da auf jeden Fall ein bisschen gefickt, Digga. Den müssen wir uns aussparen für den Stream. Ja, Mann. Das sag ich dann, Alphine, wenn er sich wieder bei Among Us so selbst kompimentiert ist, Digga. Das ist wild, ey. Na bitte. Ja. 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 Na bitte. Ja. 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 Ja, die haben wir hinterhergegangen. Und er blamte mich für die Spielverlösen. Und dann... Oh, Mütter! Und wir waren so, okay, wir re-watchen die Fotos und sehen, was eigentlich passiert ist. Und die Geschichte, die er uns in den Chat erzählt hat, war total anders. Von dem wir alle... So, ja. Hat sie ihren Backflip benutzt? Nein. Aber sie ist nicht koppelt. Ich hab leider ja. Keine Hult. Gleich. Gleich so. Ja, ich bin full life, bei euch ist koppelt. Ja, ich mein den da. Achso. Guck, da kommt der schon. Der blinkt bestimmt so. Ja, ich hab ihn komplex... Ah, Bruder! Alles gut, alles gut. Vielleicht nicht alles gut. Okay. Da hab ich nicht so viele erwarten. Schade. Schade, schade. Okay. Hat der Pousat den Gult? Ja, ja. Okay. Ach, der Pousat den Gult? Ja, ja. Neve beats. Ja. Noch eine halbe Minuten. Boah, gib mir den Farm, Digga. in den 41. Ja. Ja. Ja, ja. ich bleibe nicht mehr auf der land fährt jetzt für die ganker oder ich brauche ich habe einen ich habe einen ich habe einen ich habe einen Sat is so disgusting, man. Oh, waaah. Ja, sie ist. Congrats for you, that you can play him. Yeah, he is disgusting, Indy. Ja, die baitet mich, ich weiß. Ich bin schon weg. Wenn der Zerber ist jetzt einfach rotiert, wäre es nice. Ich habe gar keine Ähnlichkeit mehr machen. Ja, ich brauche noch meine zwei Items und dann ist sie. Okay, der ist in der Mitte gefickt. Ja. Oh, er heizt sich, er heizt sich. Poseidon. Oder er macht einfach den Anubis. Stehenbleiben und töten. Poseidon sag ich, Anubis wunsch. Oh ne, Digga. Schwartz, wo der Ward left, Ward left. Ich wollte gerade warden, Digga, ich weiß dir. Um, neef, 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 neef. I'm neef, neef, neef. Hey, atleast your game is even. I just need to stop feeling. Oh, are you feeling now? I'm 0-3. But neef, neef is easy. Easy game. Did you see that Kevin? Yeah. Oh, hey, let's just tower dive at level 10. With no physical predictions. And tank 3 tower shots. Because I hate healing is stupid. Oh man. Oh man. Katz Katz die Schlappe einmal für mich geraten. Ja, ja. Weil die gab mit dem Tower, bis irgendeiner kommt, um dir zu helfen. So eine Wügel. Komm, wir machen Goldfühl, wir forsten die. Okay. Hm, jetzt nicht mehr, oder? Mach, mach, mach. Ich hab keine ulti. Okay. Da ist ne Leaf, die gab es. Aber ich hab das schon. Ich bin zu weit weg, Digga. Digga. Bist du ulti, überhaupt? Naja, ich wollte die Wave clean. Ach so, ja. Naja. Leaf Beats. Ah, Zuki Yumi, sag mal, Marsch. Ja, 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 ja. Ich glaub dir nicht, ich glaub nicht, dass ich dir helfen kann. Nee, nee, alles gut, ich bin raus, ich bin raus. Das ist gut. F***ing Crusher. Perfekt, Level 12. An sich bin ich zu früh zurück. Ich hab noch die Sludge drauf und kein... Oh, kann... Ah, okay, das Goldteil ist leer. Der Poseidon und Zuckerwander. Ja, ja. Ja, ja. Das ist gut. Caution und Rewarding. Dino, die only thing I need to learn from you is how to play jungle. Ja, ja. Ask me. Your jungle isn't that bad, though. I'm okay with the ability base, but not with like AA's. Hm. Ravana is like your go-to pick. Yeah. And... That's a little bit bad. That's... He's my only go-to pick. Kämpfe gegen mich. Schlampe. Aber die sind alle rechts. Okay, dann kann ich ja jetzt kämpfen. Ah, das geht. Ah, das geht. Oh, well. Ah, nein. Schade. Der Kling war gut. Die holen keinen Anti-Heal. Okay, Zucki um ihren Anti-Heal. Aber egal. Oh, Nief. Na, wie fühlt's dich an? Was sagst du? Ich hab die Dief nur ausgedacht. Ach so. Wie's dich anfühlt, die Gang zu werden. Haha. Sch. 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 Das war's. Ja, seine Ulti ist noch down. Okay. Ich komm rüber. Der läuft gerade hier hoch. Jetzt läuft der hier rein. Ah, cooles Team, dicker. Der ist immer noch hier. Ja. Wo ist der? Mipi ist im Tower. Oh, Poseidon-Taker-Anubus, man. Warum bist du alleine? Geh gleich rein, warte. Jetzt rein. Nein. Schade. Hinter dir, hinter dir, hinter dir. Also vor dir, meine Sold. Boxi, Boxi, Nike ist da. Jawohl, 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 jawohl. Ah. Okay, warte, 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 warte. Oh, sie hatte noch Ulti. Boah, sie hat lang gewartet. Das, das blöde war einfach, dass Anubus sich da alleine catchen lassen hat. Ja. Ja. Ich hab mich auch noch vorși- Willst du mich verarschen? Ey, diese Nief-Ulz Diese fucking Nief-Ulz Die ficken, ey Die war eigentlich fröhlich Komm, fick die Hunde Ja, Mann, das will ich sehen Die hat gehegist, Digga Nein, die hat gehegist Pass auf, die kann dich jetzt wegnatzen Hat die Ulti? Nein Oh ja, heil dich Ja, hau ab Digga, die Ich hasse sie Ich hasse sie auch Zum auf Magical Defense scheißen Ja, hab's nicht Das ist vielleicht noch sowas wie Oh, Nies Mal probieren Oh, wasser denn? Okay, ich bin auf dem Weg Oh, Digga Die haben mich gebetet Die haben mich hart gebetet, Digga Digga, renn, Alter Die wollten meinen Arsch so hart, Digga Digga Aber nein, Kitty Komm, schau dir mal barri Was ist das? Was ist das? Was ist das? Haben die alles eingesetzt? Die haben so richtig plan geschmiedet, Alter Okay, meine ist halt auch dauernd, ich hab keine Beats Ich darf jetzt nicht viel machen Oh, wie ist das? Das war's. Was hat denn ulti? Okay, nice I have no idea Okay, nice Okay, it's a thing das ist schon intensches game ja ja auf jeden fall kommt sonst hat der teleport lebt hat noch okay dann ist kritisch wir könnten den beten ja ich muss das war richtig gut gerade ja mann ja ich ja 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 Zurück zur Basis! Gold Fury sollte auch gleich kommen. Wir haben den Kill auf der Gold Fury nicht bekommen. Okay, ist klar. Wir haben den Kill auf der Gold Fury nicht bekommen. Okay, ist klar. Jetzt werden ein paar Räsche versorgt mit dem Bällchen. So, Alter. Hartziger ist am Start. Ich wollte sagen, wir machen erstmal Fire, oder? Ja. 32. Hm, dauert noch. Nein, wir spawnen bei 30. Oder, Kevin? Haben sie den Enhanced Timer geändert? Jetzt ist es noch 30 Minuten. Nein, ab 30 ist es, aber wir spawnen bei 32. Ah, achso. Okay. Abwechern. 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 Tempsvolle. Okay. Yo. Yo. Yo, Digga. Mach doch. Hä, kalt dran. Ja, wo Ding? Wir wollten doch warten. Ach so. Oh ja, ich vergesse es gerade voll. Ich dachte nicht, dass wir den so schnell runterhauen. Ja. Verlieren wir den, Digga. Schlechtester Fire Giant. Dein Vater, Digga. Ich weiß, hier sind noch Fett. Du kannst doch raus, Digga. Oh mein Gott, Alter. Was denn? Fire Giant. Ach so. Oh, Alter. Alter. We nearly died while holding Fire Giant man. Imagine losing an FG like that Yeah, imagine losing a game like that Cause FG is doing pet-to-kill There you go Darf sie halt keine picken lassen Scheiße Das meine ich Poseidon Ulti, Bruder, Poseidon Ulti Er geht raus Easy, easy Das war gut, Digga Ich hab den one-shotted gefühlt Jawohl, ich hau den runter, alles gut Oh, GG Wait, you guys won Yeah Yes It was a good game, man On both teams Fickt euch Fickt euch Fickt euch Fickt euch von Herzen Fickt euch Fickt euch Diese Worte sind für uns von großer Bedeutung Sie helfen uns das auszudrücken, was wir als Firma anders sehen als andere Alles G Ainig Industry Pick euch her